Ein anderes Wort für mit Divertimento, Johnny Fischer, ich weiss keine Ahnung wieso der dazukommen ist, ich kann auch nicht Deutsch reden, let's go. Endlich kommt das Duell, das die ganze Schweiz schon seit Jahren darauf wartet. Ja, absolut. Ein anderes Wort für mit dem Johnny Fischer. Guten Abend mit der Lanz. Meine liebste Frage übrigens immer, wenn ich nur immer live bin, muss ich den Mann fressen. Warte, 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 warte. Wo ist jetzt der Mann? Für die, die nicht wissen, wie das Spiel funktioniert, die Lausch hinter der Kamera sagt Wörter und wir müssen ein anderes Wort dafür sagen. Also, ich muss schon mal sagen, Johnny Fischer ist eine absolute Legende in der Schweiz und ich finde ihn extrem sympathisch. Und ich finde ihn so extrem sympathisch, dass er da überhaupt bei Schweizer YouTuber mitmacht, bei einem Video, finde ich sehr sehr sympathisch. Ja, der Lotse hat ja schon mal ein Video gemacht, aber ganz ehrlich, der Lotse erzählt doch nicht. Aber nein, ich finde ihn sehr sehr sympathisch vom schönsten Fischersen. Wenn wir richtig haben, bekommen wir einen Punkt, wenn nicht, dann nicht. Faktisch ein wenig schneller gewesen. Ein bisschen Unterhaltung für die Zuschauer hier in der Schweiz. Ich ziehe meine Brille. Hä? Hä? Da haben wir meine Livestreams eingeschaut oder wie? Was ist jetzt los hier? Meine Livestreams, bin ich jetzt da schon in den Schweizer Montestyl an dem Gelände oder wie ist jetzt das? Aber, fühle ich mich, fühle mich, fühle mich, fühle mich. Einfach, ähm, ja, meine, ja, meine Livestreams, das sind schon einfach eine Sache, die ihm entgeht, wenn man es nicht zurückzieht. Das ist schon Unterhaltung vom allerhöchsten Niveau, oder? Wie gehen rein? Ach, herrje, gut, das ist drei Punkte für mich schon jedes Mal. Okay, wir fangen einfach an. Wetter. Meteo. Nein, sicher nicht. Verkehrslage. Was einfach? Spinnst du? Rausse. Nabel. Nein, nein, das ist... Es gibt nur eins. Es ist draussen. Was ist heute? Eine Stimmung für eine... Wetterlage. Wind. Rägen. Nabel. Sonne. Meteo, einfach... Meteo... Ich weiss nicht, Wetter... Ich will auch nicht Kianig, ich mach mir mit... Ich mach mich nicht mit. Thunberg! Nein! Klimawandel! 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 Ich hab... Nein! Hast du immer noch das Gefühl, dass wenn man wie er läutet, dass man ist, desto schneller ist man? Ja, das ist... Hund. Dieeer! Dieeer! Äääh! Ich hab's kapiert. Laut und nerv! Ich weiss gar nicht, was ich da noch gross dazu sagen soll. Tierfeinder. So ist das! Ich weiss nicht, was ich zu diesem Scheiss soll sagen. Also... Johnny Fisher! Ein bisschen leisliger, Alter! Kannst du das machen! Ich muss zuerst... Ich muss zuerst etwas riechen. Ein bisschen Wasser. So, wir machen weiter. Ruhig. Ääh! Vier Beine! Nein, das habe ich schon lange gesagt. Du schreckst ja einfach hinten rein. Krüter! Krüter! Yes! Gibt's du irgendetwas... Gibt's für dich etwas anderes als YouTube? Nein. Eben offenbar. Was kann er sagen, oder? Ein anderes Wort für Frauenarzt. Frauenarzt? Ääh! Ich bin Fachbegriff. Ääh! Ornithologin? Nein! Was ist das für Wissen? Nein! Du spinnst doch! Urologe! Aber das ist beim Mann! Ich habe das gerade gesehen. Ich bin letztens erst gerade gegangen. Zum Frauenarzt. Du musst es auflösen. Genau! Ja! Ja! Wieso habe ich das nicht gewusst? Ich bin so dumm! Ich studiere! Ich studiere! Aber trotzdem dumm! Ein anderes Wort für Geschenke! Geschenke? Präsent! Mitbringsel! 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 Ja! Ein anderes Wort für Lavabo! Wäschbecken! Handwäschbecken! Ääh... Lavabo! Was anderes als für Lavabo! Ääh... Handwäschbecken! Das haben wir schon alles rausgefunden eigentlich! Handbrunnen! Waschbrunnen! Brunnen! 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 Ja, ich habe es auch schon gehört! So, jetzt müssen wir mich konzentrieren! Ich habe wirklich nichts! Ich habe das auch schon mit dem... Ja, das spüle ich auch schon mit dem Adi gespült! Und ich habe wirklich nichts! Ich bin wirklich da so... Ich verstehe einfach nichts! Ich... Mein Brain ist einfach nicht von das gemacht! Also wirklich nichts! Gar nichts! Ein anderes Wort für Durchsichtig! Durchfall! Durchsichtig ist doch etwa unsichtbar! Farblos! Farblos! Ja! Hä? Hä?! Ein anderes Wort für Synonym! Ähnlich! Ääh... Verschieden! Verschieden! Nein, nicht verschieden! Namensvetter! Sinnähnlich! Ja! Was? Oh! Sinnähn... Ja... Was? Links und ab! Ein anderes Wort für Fotos! Bild! Fotografie! Polaroid! Schnappschuss! Ja! Immer wenn du etwas gewonnen hast, hältst du die Brille an und dann verlierst du wieder! Okay! Ein anderes Wort für Gleis! Schienen! Schienengleis! Fahrscheine! Nein! Zugscheine! Schienenverkehr! Schienenverkehr! Nein! Nein! Schienenverkehr! Ist sicher ein Gleis! Das ist ein Zugverkehr! Ja! Zugverkehr! Ist Steinerverkehr! Langs! Wenn du irgendwie da... Ampere ohne Sex hast, dann ist das Schienenverkehr! Aber nicht! Mäh! Mäh! Also... Ich bin... Hotel! Ja! Genau die Reaktion! Ich kann die gleiche Reaktion nochmal machen! Weil ich bin einfach lost! Was ist das? Ich verstehe nicht! Ich weiss nicht, was los ist! Ich bin... Nein! Nein! Übernachtungsmöglichkeit! Es könnte jetzt alles sein! Ja! Und bei dir könnte es jetzt alles sein! Ja! Wenn es gleich ist wie vorher, dann kann ich jetzt wirklich sagen, Schmetterlingflügel! Gastronomie! Gaststätte! Gaststätte! Gasthaus! Gaststätte! Gasthof! Hä? Was mit den Bürgern verliert man immer? Ein anderes Wort für Stein! Pierre! Stein! Das war natürlich Larouche, die ist ja lost, also ich weiss auch nicht was, ich weiss nicht von wo, ich glaube sie kommt von Schaffhausen, was Schaffhausen in der Schuhe abgeht, ich weiss es nicht und ich will es nicht wissen, wieso gehört Schaffhausen zu der Schweiz, ich weiss es nicht. Kappe, äh, snapback? Nein, Sonnenhütchen, Gix, Dächlikappe. Ja. Aber die Schalle! Wer ist die Schalle? Ah, der ist jetzt auch ein YouTube-Star. Das ist der geilste YouTube-Kanal. Oder? Absolut nicht. Ein anderes Wort für Auto. Kappe. Motor, Kraft, Fahrzeug. Automobil. Pkw. Das habe ich sogar gesagt, Personen-Kraft-Fahrzeug habe ich schon länger gesagt. Ein anderes Wort für Musik, Boxen. Boxen, wirklich. Dann nehmen wir zuerst das Gleiche zwei Mal zu sagen. Ähm, Lautsprecher. Ich geh voll gewillt auf den Scheiss. Ein anderes Wort für Sex. Miteinander schlafen, rummachen. Ich muss das alles klingen. Komma Sex. Komma Sex, haben wir ja oft. Das ewige Konsex. Ha, ha, ha. Jetzt dran. Bedeutet, ich tue Befur... ...eine... ...eine... ...und hoffe, dass das Gegenüber nicht schwanger wird. Das ist Keutos Interruptos. Aber das ist Latinisch. Schweizer YouTube-Szene. Also das ist wirklich völlig lost. Ein anderes Wort für... Also die Clips da von mir drin. Also eigentlich... Wie viele Klicks habt ihr jetzt auf das Video gemacht? 10'000? Also das würde ich schon sagen. Da muss es schon mindestens irgendwie... Ein paar Franken müssen da schon Abdrücke kommen an mir. Weil so viel Content wie ich da liefere... Das geht gar nicht. Ein Schwein. Ferkel? Ja. Ja, logisch. Also du musst mich nicht zweimal fragen. Ein anderes Wort für Parfüm. Duftnote, Duftnote. Äh... Duftwasser. Ja. Parfüm, Duftwasser. Ein anderes Wort für die Heimat. Heimatort. Äh... Wohnort. Aufwachsort. Geburtsort. Ja. Man kann auch Aufwachsort sagen. Muss man ehrlicherweise sagen. Jetzt habe ich ja tätowiert. Aufwachsort. Aufwachsort. Sympathisch. Ein anderes Wort für Bettbezug. Du weh. Du wehsch aber auch immer noch mal gewinnen. Bettanzug. Ähm... Bezug. Eigentlich ist Bettzug. Abkürzlich für Bettanzug. Ja. Ist mir gar nicht zu aufgefallen. Leintuch. Also mir gibt es so... Also jetzt gerade nicht so... Was ist hier los? Leintuch. Das habe ich gemeint. Ein anderes Wort für Zeitspanne. Abspring. Timeline. Zeitfenster. Dekade. Die Frauen haben jeden Monat... Periode. Periode. Ich war schnell. Ich war schnell. Ja, aber ich habe sie ja wie eingeflüchtet. Einfach läuter gewesen. Ein anderes Wort für Arbeit. Schaffen. Bügeln. Ja. Ich bin... Ich finde nichts. Ich finde nichts, was ich eben los und komplett los. Leute, was ist das für ein Video gewesen? Ähm, die haben gerade einblendet gehabt, wer gewonnen hat. Stolz. Gratuliere. Gratuliere. Ja, dir auch. Wenn ihr nochmal eine Runde gesehen habt, ein Revoirs, vielleicht irgendwann in den nächsten 10 Jahren, dann gebt dem Video jetzt ein Like. Schreibt einen Kommentar. Und ganz wichtig. Was muss man aktivieren? Geht auf YouTube. Von was sprachst du? Ich habe gemeint, das Spiel ist fertig. Ja, ja. Was muss man aktivieren auf YouTube? Das weiss ich doch nicht. Was muss ich aktivieren? Ich mache ja nichts. Glocken. Ja, was Glocken aktivieren? Ich habe doch Mühe, wenn ich Junge am Ende sage, dann gehe ich die Glocken aktivieren. Dann habe ich Lampen nachher. Hört nicht zu. Ah, jetzt schwarzen sie halt nicht mehr Schweizerdeutsch. Geht die Glocken aktivieren. Ich glaube im Video leicht. Die Glocken aktivieren. Bing. Pong. Genau so muss man die Glocken aktivieren. Irgendwie so, was schlabere ich eigentlich oder so. Tim vorbei. Auf Instagram. Oder? Ja. Tim auf Instagram vorbei. Und bitte lausche. Links hier unten in der Beschreibung. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Peace. Und Blümli. Geil habe ich. Nice habe ich. Und was ist jetzt hier noch am Ende? Was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Ein Video. Zum vergessen. Nein, es war ein geiles Video. Aber es war nur ein geiles Video. Weil Johnny Fischer vorgekommen ist. Und vor allem weil ich auch noch relativ oft drin vorgekommen bin. Aber der Rest im Video kann man eigentlich rauslöschen. Nice. Vor allem muss man ein Glas drühen, das schon leer ist. Aber bei mir ist das Glas immer halb voll. Komm. So. Ich habe ja gesagt Zeitverschwendung. Ähm. Nein. Also das Video war nice. See. Two can be as bad as one. It's the loneliest numbers. It's the number one. Oh.